Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Borderlands mit Big Mana. Und Dingo Weaver. So, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei ein paar Missionen. Wir sind Level 8 schon. Also ich bin zumindest Big Mana. Doch da oben sieht man es auch. Und ja, wir müssen jetzt Bound Heat erledigen. Das ist aber der Typ, der richtig fickt schwer ist. Wie kann man nochmal kurz die Mission auswählen? Warte mal. Ich guck mal kurz bei Skills. Nein. Missionen, da. Oh, fuck. Und wir sind Level 8. Das schaffen wir wieder nicht. Wir müssen erst mal andere Missionen finden. Nee. Eben nutzen. Hat nichts. Oder gibt es noch irgendwo anders? Hat der vielleicht der Zahnarzt hier. Ja, stimmt. Mal hingehen, mal gucken. So. Nee, der hat auch nichts. Boah. Der hat auch nichts. Ja gut, aber wir laufen nochmal zu dem verrückten Typen hin. Genau. Oder zu dem. Machen wir das am besten. Warte mal, wird der so schwisch. Oh, wird das geil. So. Wo war der? Da oben, ne? Genau. Ja. Da oben. Genau. Wäre jetzt mal schön, wenn wir jetzt nicht beschossen werden. Ah, da kommen schon die ersten wieder, da hinten. Da muss er sagen, es geht echt schnell von der Hand jetzt. Also halt, weil man halt Level 8 schon ist und die Gegner. Dann sind Level 3 ja. Ach komm, scheiß drauf. Komm, wir laufen einfach. Ab zu dem alten, verrückten Kerl. Alt ist er ja eher gesagt eigentlich nicht. Oh doch, der ist bestimmt alt. Nee, der hat auch nichts, oder? Mir gefällt der an der Planeten. Level 9, ja. Nehmen wir das, ne? Was? Klingelblumensamen? Okay, wo sollen die denn sein? Vorsicht, Gegner. Ich sehe auf Katte, Gegner. Auf Katte? Wo ist Katte? Wo ist die Katte, hä? Naja, unten Mini-Cyder-Map. Ich weiß, ich weiß. Ah, die laufen weg. Doch, der schießt auf mich. Boah, er hat das keine Reichweite, das Scheißding recht nicht. Aber er hier, er trifft mich da hinten. Doch, ich treff den mit meinem... Boah, Alter. Ey, die Kugeln fliegen auch vorbei. Mal kurz auf die Karte gucken. Karte, 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 Karte. Gänze, Gänze, Gänze. Äh, da ist die Karte. Da kommt einer. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Ja, warte, warte, warte. Ja, danke schön. Dann mal hinkst du alleine. Einer schießen. Einer tot. Da kommt der zweite. Wo ist er? Ah, kack, Alter. Tiefst man doch nicht? Ne, ne. So. Und dahin ist auch noch einer. Ey, die lassen nur Schachtern. Alter. So, bin ich. Sehr gut. Ich hielt das schon gar nicht mehr auf. It wird dark outside. Ey, wir müssen zurück. Wir müssen den Weg nehmen. Welchen? Den? Ja, hier irgendwo lang. Okay. Das mit den Autos, da krieg ich auch noch einen Jobs hier bei dem. Genau. Ja, stimmt. Aber Boni, der Beat. Das ist das, was wir nicht machen können. Kritisch. Hinter dir. Danke. Danke. Alter, wie viel Munition, Mann. Hier verbettet. Ich hab ein Medikit entdeckt. Kann ich es nicht aufnehmen? Wohin? Äh, warte. Da hoch wahrscheinlich, oder? Da hoch und jetzt dann durch. Durch den Ausläufer hier von dem Berg. Ja. Hierher. Ach, da. Ja. Da, ja. Hier. Wo? Da ist einer. Hinter dir. Ach, ja. Alter, Vater. Ah, ein bisschen Geld. Auch sehr schön. Munition, auch sehr schön. Das müssen wir von den Viechern. Einfach drauf. Alter. Fuck. Der hat mich fast gehabt. Warte, da ist er auch wieder. Hat der noch was? Ah, ne, der hat noch. Manche Sachen kann man echt gut gebrauchen. Ja, manche. Ach, hier war das. Kann man es eigentlich nochmal betätigen? Nö. Ist ja schon kaputt. Okay, gespeichert ist es auf jeden Fall. Gespeichert. Und jetzt kommen wir in das Level, wo ein bisschen härtere Gegner sind. Dann reise mal. Ja. In zwei, drei, eins. Und los. Skark. 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 Skag. Skark. Wird sich ein bisschen, ähm, schwedisch dann eigentlich. Skark. Ja. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Okay. Äh, auf Munitionieren brauch ich. Ich brauch's. Äh. Ich guck, ich guck vorsicht, selber mal. Ah, ne, das war nur. Wenige Kids hab ich, glaub ich. Weiß ich zwar auch nicht mehr, wie man die nimmt, aber egal. Aber ich glaub, ich hab Munition, ich hab Munition. Ihr braucht das nicht. Warum kann man eigentlich nicht, hä? Ich trag schon die maximale. Ach, scheiß, hab falsch gekauft. Ich hab falsch. Das passiert auch dem besten Mal. Ja, ich weiß. Das Problem ist, warum kann man denn nicht mehrere Sachen auswählen sofort? Auf einmal. Nein, ihr musst ja jedes einzelne einklicken. Nein. Warte, lade ich mal nach, die Waffe hier. Ah, ich hab genug. Eine Granate hab ich nur noch. Das geht doch gar nicht. Was? Wie gesagt, der ist aktiviert. Ich hab das gar nicht aktiviert. Was hast du denn gemacht? Meine Superkraft wurde einfach aktiviert. Ach so. Und ich hab gar nichts gedrückt. Warte mal. Warum sind sie hier? Was war das denn eigentlich nochmal für ein Level? Level 7. Hallo? Warum sind sie hier? Aber ich glaub, das machen wir erst später. Aber ich glaub, dann ist die Mission hier wieder weg. Und das ist dann kacke. Lass uns erstmal das hier erledigen. Wenn wir da runterspringen. Ein bisschen Leben verliert man. Ja, okay. Dann tschüss. Oh. Aber nur ein bisschen. Das war jetzt nicht doll. Ja, ich hab von ungefähr 30 Schutzweste verloren. Ja. Man merkt sofort, das ist ein Level 8, ja? Kattladen. Oh, Alter, ich hab kein Schutzschild mehr. Alter. Ja, warte, ich versuch hier auch schon. Oh, sie geht hier nicht. Alter, verdammt. Was? Ich bin tot. Was? Warte. Ich komme, ich komme. Nein. Danke. Ich bin schon wieder. Oh, ich hab's mal erflogen. Hat der nicht seinen Reden zurückgenommen? Oh, fuck. Die waren aneinander. Äh, wie war das nochmal mit Hilfe? Medi-Pick. Ne, Medi-Pick. Scheiß, Alter, wie war das nochmal? Ich hab auch keine Ahnung mehr. Boah. Ich hab grad überlegt, wie nimmt man jetzt Medi-Pick auf einmal? Ja, ich guck mal kurz. Äh. Tasten, Zuweisung. Da. Ah, jetzt weiß ich's wie. Wie denn? Äh, du gehst auf, äh, hier, Dingsus. Ne, die Taste mit den Pfeilen hier gegengesetzt immer. Ja, Rucksack. Rucksack und dann ist unten Medi-Kid. Bei mir jedenfalls. Ich hab vier Stück. Ah, okay. Ja. Jo. Alter, das war jetzt aber wieder vom Feinsten. Ja, das war schön. Warte, ich nehme... Mach schon vorbei, bevor jetzt neue kommen. Na, ein Medi-Kid nehme ich. Sonst bin ich gleich tot. Kann ich alles nicht nehmen, wie immer, ne? Aber ich... Ach, du Scheiße, komm wieder. Level 9er sogar. Okay. Lass ihn mal hierbleiben. Ich werf jetzt mal ne Granate da runter. Boah, fuck die Band an, Alter. Dass die überhaupt nicht abzieht bei denen. Nee. Oh, die kommt. Oh, einen hab ich besiegt. Wo hast du denn noch welche? Was, drei Stück? Jetzt sterben doch. So, einen hab ich auch. Oh, da kommen wohl mehrere. Mehrere hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Ja, warte, warte. Ich... War eigentlich schon. Keine Munition. Ja, von wegen, ne? Fuck. Fuck, 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 fuck. Hätten wir doch Munition kaufen sollen. Ja, ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig. Wie viele kommen denn von den blöden Scheißviechern? Warte, da kommen wohl welche. Vorsichtig. Da kommen, einfach so. Munition. Alter, wie viele. Du hast auch Munition? Ich brauch ein bisschen was. Da ist noch was. Das ist aber alles die falsche. Ja, ich hab aber die richtige. Das ist meine. SMG. Ich hab ne SMG. Also sind wir eigentlich schon jetzt richtig? Nö, wir müssen wieder zurück. Warte, ich guck mal kurz auf die Karte. Yo. Hä? Komm jetzt wieder zurück. Warte mal, das Teil ist dick. Ach nee, hier. Eins. Okay. Das ist die Pflanze, die wir brauchen. Denn, ja, wir brauchen sie zum Rauchen. Schnell bei allem. Vorher noch welche wieder spawnen. Da unten ist noch ne Pflanze. Da ist sie. Nein. Ach fuck, nee. Jetzt hab ich... Ach, da ist aber ein Gegner. Vorsicht, wenn ich spuck. Man kann dann schön hinterbleiben. Scheiß, die Warte. Da müssen wir echt jetzt, äh... schnell machen. Schnell nach oben laufen. War noch ne Pflanze irgendwo? Ah, da oben ist eine. Wie soll man da denn hochkommen? Springen? Kann man so weit springen? Klar. Hab ich. So. Drei Stück haben wir. Und die fallen natürlich runter. Ich auch. Okay. So. Och, nee. Level neuner. Aber das sind ausgewachsene. Der sieht groß aus. Ja, warte mal. Äh, ich guck mal kurz. Mein Dings ist noch nicht wieder online. Zwei Granaten hab ich noch. Ich hab... Eine. Du musst halt aufpassen, dass hinter uns jetzt keine kommen. Ich werf mal. Versuchen. Boah. Ne. Okay, das bringt nichts. Aber doch. Ja. Jetzt kommen sie. Mal gucken, wie weit sie hoch spucken können. Ich hab nen Sniper, doch. Ach stimmt. Du hast auch nen Sniper. Oh, der zieht aber schön ab. Siehst du schon? Ah, ne. Eine hab ich. Da. Meine ist so eine, die dauert ein bisschen länger am Ski. Ich treff den nicht, den Typen. Alter, was ist das denn? Ist das jetzt richtig realistisch? Dass die Flugbahn hier nicht, äh... Ich treff den nicht. Ach doch, so ein bisschen, ne? Wo ist das denn? Ein Sniper, bitteschön. Ich hab nen Sniper. Oh, ho, 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 ho. Nein! Was denn? Scheiße. Ich kann dir leider nicht helfen. Ja, ist kein Problem. Warte, da kommt einer. Ein Foto. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Scheiße, jetzt geht's los. Boah, wie lange das nachladauert. Sehr schön. Ich mache von oben. So, er ist auch tot. Da oben ist noch einer. Hinten, den... Boah, Alter. Drei Patronen sind drin. Jo. Drei Stück. Willi hoch. Okay. Scheiße. Natürlich super. Mann! Okay. Aber ich brauche unbedingt... Ja, wir müssen die so abknallen, weil sonst, äh, schafft man das nicht, ey. Ne. Dauert zwar jetzt ein bisschen länger. Warte, ich nehme auch mal meine Poliz... Okay, den haben wir auch. So, da kommt jetzt einer an den Rand, glaube ich, ne? Den haben wir auch. Ah, ne, da ist... Ja, einer müsste, einer müsste da noch sein. Also zumindest den, den ich jetzt... Ne, da sind noch zwei. Sehe ich jetzt. Zwei, ja, zwei kommen auf dich zu, gerannt. Da kommt ein kleiner. Boah, fuck, Alter, verzieht der. Ah, stopp. Okay, auch. Da hinten ist noch einer. Kritischer Treffer. Zack, tot. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich komme auch mal runter. Da ist noch auf jeden Fall einer. Da kommen welche, da kommen welche. Da kommen die noch. Ja. Lachen wir mal kurz bei der Waffewechsel. Keine Munition. Ich muss mal eben schneller hinrennen. Also Munition, nein. Alter, mit der Pappgang, Alter. Da machst du die Gegner sofort mit einem... Neu, mach keine Munition. Was soll das denn? Komm, ey, du Scheiß. Neu, jetzt muss ich nachladen, jetzt muss ich nachladen. Ah, er hat mich gleich. Ah, nein, nein, nein. Gibt's doch nicht. Keine Munition. Hast du keine andere Waffe dabei? Hier ist ein... Puh, fuck. Ja, warte. Okay, auch. Mal alles mal mitnehmen, was ist hier... Nein! Ne. Ah, ich hab jetzt eine Waffe mitgenommen, ja, ist egal. Keine SMG-Munition. Okay, warte mal, wo ist, ähm... Die Pflanze, haben wir die übersehen? Die ist da oben bestimmt, ne? Ja. So, vier. Noch vier Stück brauchen wir. Ich nehme mal die Pappgun, ey, die ist hammergeil. Warte mal, ich guck mal, Hemd. Oh, ja, gesagt, Schatgun. Was hab ich denn hier? Deine ist auch eine Pflanze, ich seh eine schon. Ach, kacke, was ist das für eine Höhle hier? Ey, der kommt bestimmt gleich hinter richtig dickes Vieh. Wie heißt denn die, äh, so ein Schatgun? Ähm, keine Ahnung. Ist auch irgendwie so eine blaue. Kannst du nachgucken, glaub ich. Warte, ich guck mal... Maschinengang, Maschinengang, was ist das für eine gewesen? Das war mein Sniper. Dann guck mal das. Das ist so ein anderes, keine Ahnung. Ah, ich glaub, ich hab's da. Was ist das für eine? 27? Ich glaub, ich hab's da. Ich hab's da. Du machst mit Wave. Ja, ich hab's da. Wo sind sie, wo sind ich? Alter, ich seh das hier. Das ist sehr schön. Wow. Hinter dir, genau. Fick dich doch, du. Ah, das gibt's auch nicht. Komm. Mach dir noch alle. Alter, was soll das denn? Wow. Hä? 27 Leben. Ja, warte, warte. Ah, ich will jetzt nicht sterben. Alter. Noch 27 Leben. Raus da, raus da. Warum spickst du denn nicht? Wow. So, einen hab ich wieder. Fuck, wie viele sind das hier? Oh, ich hab noch 41 Leben. 32. So, da ist Leben. Irgendwer, da ist Leben. Ja, warte. Mal kurz neben. Uh. Krabb, das Spiel, ey.